Das ist das Haus von Nikolaus. Und damit wünsche ich euch einen wunderschönen Nikolaustag, in Klammern auch den zweiten Advent. Und ich wollte einfach nur ein kleines Eröffnungsvideo an diesem Tag machen. Heute gibt es Videos ohne Ende von verschiedenen Projekten. Und das ist heute das Startvideo. Und damit hören wir uns auch gleich in den anderen Videos wieder.